Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Streamlight Valley. Nein, wir haben keinen Cut gemacht. Ich habe nur das Spiel neu gestartet wegen der Mission mit ähm ihn hier und seht da, es funktioniert. Es hat tatsächlich dran gelegen, also habe ich das Spiel neu gestartet und es funktioniert. Danke, dass du mein Haus zurückgebracht hast. Ich fühle mich jetzt viel wacher, weil mein Kopf ist immer noch ein wenig durcheinander. Bist du Micky? Nein, ich bin Layla. Oh, es ist schön, dich kennenzulernen, Layla. Aber ich muss unbedingt Micky finden. Ich bin so lange umhergehiert und alles, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich Micky gesucht habe. Das war sehr wichtig, dass ich ihn finde. Mach dir keine Sorgen. Er ist hier und ich muss mit ihm reden. Schau mal. Wir haben Minnie zurück, aber sie weiß nicht, wo sie ist oder wer sie ist. Ich werde etwas Zeit mit ihr verbringen und versuchen, ihre Erinnerung auf die Sprünge zu helfen. Am besten spreche ich auch mit Merlin. Er weiß vielleicht, warum sie alles vergessen hat. Vielen Dank für deine Hilfe, Layla. Du bist eine wahre Freundin. So. Oh, du kriegst wegen mir von mir Himbeeren. Hat der irgendwas hingeschmissen? Der hat irgendwo was hingeschmissen. Weiß noch nicht, wo. Gut. Mit dir kann ich jetzt auch reden. Hallo, ich bin froh, dich zu sehen. Wie? Gefällt dir das Dorf? Weißt du, ich bin froh. Okay. Ich auch, ja. So. Damit ist jetzt Stufe 2, hoffentlich. Kann ich dir irgendwas schnell herrufen? Was ist das für Wünsche? Hier, bitteschön. Das sind ein paar Himbeeren. Wie süß. Danke. Hallo, Layla. Ich bin froh, dich zu sehen. Ja. Geht auch essen. Ich habe gehört, wer essen? Uh, da will jemand essen. Okay, ich muss nur kurz gießen. Und ich muss mir wieder jemanden mitnehmen, sehe ich gerade. Wer hatte meine Freundschaft nötig? Ähm. Dagobert. Goofy. Minia, die kann ich nicht mitnehmen. Ursula, die kann ich nicht mitnehmen. Vanillope. Okay, dann nehme ich mal, ähm, Dagobert mit. Der muss doch eh bestimmt irgendwo sein. Ja, genau. Weil mit dem muss ich eh gleich oben umgraben. Also ich möchte oben umgraben. Und dann kann Dagobert auch richtig mitkommen. Mein Dagobert Duck. Hier, lass uns abhängen. Ja, wir graben nur ein bisschen um. Findest du bestimmt super. Vielleicht begraben wir ein paar Schätze aus. Und jetzt machen wir kurz Essen für Vanillopee. Uh, ich habe wieder eine aufgewüffelt. Okay. Unterhalten muss ich mich auch noch. Gut, äh, ein Bananenkuchen. Ist hier kein Problem. Ein Bananenkuchen. Kochen. So, dann müssen wir mal kurz zum guten Vanillopee. Du bist hier. Äh, ich habe deine Bestellung. Geben. So, die ist gleich auf Stufe 3 hochgestiegen, die Kleine. Süßkramm und Affenmilch. Das ist unglaublich. Und sie ist hochgestiegen. Und sie ist hochgestiegen. Ähm, na, du? Ne, okay. Dankeschön. Gut, dann, ähm, bringe die Zutaten zum Meer dienen. Das heißt, wir müssen als nächstes zum Meer dienen. Weiß nicht, wo die Gute ist. Da unten rennt er schon wieder. Der rennt auch viel durch die Gegend. Und vor allem so in der Nähe von meinem Haus immer. So, großartig. Leila, fantastisch. Sollen wir loslegen. Abracadabra und Simsalabim. Ein Pferd in Sogehaus. Dona ist federig bestimmt. Das sollte klappen. Geh zurück ins Finsternheim. Verfolge die verzauberte Feder. Sie wird in die richtige Richtung weisen. Okay, cool. Ja, aber wie gesagt, ich mache jetzt mal kurz ein Feld mit den guten Dagobert. Dass wir da ganz viele... Machen wir das erste Mal nur Paprika. Und wenn wir da mehr Kohle haben, machen wir was anderes. Äh, wo machen wir das am besten hin? Das ist jetzt die Frage. Wo ist ein ungestörter Ort für mein Feld? Also, ich kann da was entfernen, wenn es mich sehr stark stört. Äh, ich glaube, ich habe es damals hier hingemacht. Ja. Das war hier. Das war ein sehr großes Feld. Ich glaube, wir stellen einfach hier den Baum um und dann sollte es ein großes Feld werden. Ähm. Ich möchte den Baum beiseite schieben. So, und mehr sollte da jetzt nicht sein, was mich behindert. Jetzt weiß ich mal, wie die Erde braucht. Okay, ich finde Erinnerungen auf jeden Fall. Okay. 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 Dann sammeln wir mal kurz alles ein. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Ein Schnipselchen von Ariel, die Meerjungfrau. Okay. Dann in die Richtung noch. Ähm. Hier. Bitte steh mir nicht im Weg rum. Du darfst hier dabei sein, weil du so ein Krabelgenie bist. Aber ansonsten, lass mich bitte in Ruhe da, Gobert. Ähm. Wow, ich habe hier keine Energie mehr. Das heißt, ich darf jetzt was essen. Ähm. Habe ich irgendwas cooles zu essen? Hier so drei Äpfel. So. Eine Münze jeweils ist auch nicht viel. So. So. Das haben wir hier. Dann jetzt noch in die Richtung gemacht. Wir wollen ja ein schön großes Feld haben, wo wir schön viel anpflanzen können. So. So. Okay. Nein, ich will das Feld gehalten. Ich finde mein Feld toll, wie ich es erstelle. So. Darf ich da nichts von Baum? Deswegen dem Baum. Ist das die Reichweite von dem Baum? Das ist nochmal geil. Nee, eigentlich nicht. Okay. Aus irgendwelchen Gründen darf ich da kein Feld hinbauen. Insgesamt darf ich gerade kein Feld mehr hinhauen. Okay, vielleicht ist es so die Reichweite von dem Ding. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Also vierundvierzig. Vierundvierzig mal Paprika. So, hallo Goofy. So, leider bin ich wieder off. Es geht noch eine Runde Basketballhalle aus dem Spiel 2. Liga schon. Wenn du morgen streamst, bin ich sofort dabei. Hab mir frei, da ich Samstag arbeiten muss. Viel Spaß noch. weitere schöne Zeit. Danke, hättet ihr ganz viel Spaß beim Basketball. Okay, das wird wieder eine Investition werden. So. Punkte. So, dann brauche ich mal ganz kurz was zum Essen. Aber ich habe ja genügend Himbeeren. Weil meine Energie sollte jetzt so gut wie voll sein. Mal schauen, ob ich hier noch irgendwie Fälle machen kann. Okay, jetzt geht's... War ich gerade auf Gießkanne und deswegen ging's nicht. Really? Okay, wir machen da noch ein bisschen. Ähm... Wie gesagt, umso größer das Feld wird, umso mehr Ertrag kriegen wir am Ende. Äh, ich nehme das natürlich mit. Ja, da habe ich wahrscheinlich auf Gießkanne umgestellt und dann ging's nicht mehr. Blüte. So. Jetzt haben wir 55. So, der Dagobert ist, was ich ja freuen, dass er auch was zu tun hat. Das ist gleich mal 66. So, da muss ich mal ganz kurz wieder ein paar Himbeerchen schnappulieren. So. Kriegen wir da aber auch nur eine Reihe hin, würde ich sagen. Ähm, das ist 6 lang. Das heißt, dann sind wir bei 72. 72 ist, glaube ich, gut. Das heißt, mein 44 kaufe ich mir jetzt noch 8 und 20 dazu. Ich glaube schon. So. Hoffen. 28. So. Und da haben wir wieder ein paar Points gekriegt. Wir müssen ja eh bald in das neue Kapitel dann, weil wir ja Maui, glaube ich, holen müssen. Okay, hier sieht man auch, die werden hier begünstigt, wenn man hier irgendwas anpflanzt. Deswegen mache ich immer die jeweiligen Felder da in der Nähe des Standes. Obwohl, die steht ja so, oh, anpflanzen, anpflanzen, toll sein. Ja, Dagobert müsste mir da ein bisschen hochsteigen, wenn ich das jetzt so ein bisschen mache. Ich meine, ich darf die ganze Scheiße ja dann noch gießen. Aber es gibt Pool da, also von dem her. Schön, dass du so einen schönen Tag hast. Ähm. So. Ja, ich habe es mir schon gedacht, dass du da eventuell ein bisschen Ausdauer brauchen könntest. Ähm. Paprika ist ja auch ein wichtiger Inhaltsstoff im Essen. Dann können wir gut kochen, wenn wir das alles ernten dann. noch 24. Sieht gut aus, dass ich mich nicht verzählt habe. So. Ach ja. Man kann oft auf Regen hoffen einfach. Das ist halt so was Gutes, was passieren kann. Okay. Ähm. Nee, du kriegst weiterhin Himbeeren. Lass das eh gleich alles noch gießen. Und ich weiß nicht, wie lange Paprika brauchen, aber ich vermute mal schon länger. So. Damit haben wir alles eingepflanzt. Okay, geil, ist das sieben? Ach, ich glaube, auf acht. Mach mal ihn. Yay. Er ist so gestiegen auf sieben. so. Ich denke, unten dürfen wir dann auch gleich gießen, wenn wir auch gleich da noch hinlaufen und gießen. Dann nehmen wir ihn einfach auch mit. Geld da, Gobert. Du brauchst ja ein paar Level. So, auf geht's. Und dann kümmern wir uns mal wieder um die Missionen, aber das Geld darf man halt nicht vernachlässigen. Oh, die sind alle reif. Ja, das bringt uns eh nicht mehr so viel. Das können wir auch mit dem Dagobert ernten. So. Er muss, glaube ich, eh Stufe 8 haben, deswegen passt das dann ganz gut. Okay. Er hat ganz viel Erfahrung mit mir. Man kann von ihm nicken immer so und schön machst du was. Schön bückst du dich da. Ich schiebe ihn einfach zur Seite. Und so, jetzt denken sie so, jetzt steht er an sich in Ordnung und jetzt komme ich gleich wieder und schiebe ihn wieder zur Seite. Stehst du im Weg? Okay, ähm. Ganz schnell einsammeln. Merlin. Ich habe keine Zeit. Ich muss mich beeilen. Ich habe es geschafft. Ähm. Auch wenn es nicht viel bringt. Uh. Merlin steht ja nur da und denkt sich, okay, was macht die da? Wir mich nicht. So. Aber gut, ähm. Nachdem wir jetzt dieses Feld so erfolgreich geändert haben, würde ich sagen, wir machen einen kurzen Cut und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht, bei Disney Dreamlight Valley. Bis dahin. Bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.